Hallo hier Darksaber mit einem neuen Projekt namens Fear Extraction Point. Ja, was ist im Prinzip so ein Addon von Fear? Habe ich auch einmal gezockt gehabt, genauso wie Persis Mandate. Dadurch, dass ich das aber hintereinander weggezockt habe, weiß ich nicht mal wie lange das war, aber also wie das Spiel im Prinzip war. Aber es war so gut wie der erste Teil auch. Also, ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch. Let's go! Ach ja, und nicht wundern wegen der Cam, die muss halt immer dran sein, weil die Hotcasts nicht funktionieren. Let's go! Ah ja, ich habe schon mal Feuer Test gehabt wegen der Cam und so weiter. Let's go! Und wir machen auf einen hohen Schwierigkeitsgrad, das ist eigentlich ganz in Ordnung so. Da ist er! Wir kennen das Ausmaß des Schadens noch immer nicht. Seit der Explosion können wir niemanden mehr erreichen. Was ist mit Alma? Was ist mit ihr passiert? Was war das für ein Geräusch? Es wird Krieg geben. Ich sehe es in meinen Träumen. Feuer, das die Erde verschlingt. Tote auf den Straßen. Städte zerfallen zu Staub. Vergeltung. Das hat ja Paxton Vettel hier auch schon im ersten Teil auch dran gesagt gehabt. Und das bleibt im Gedächtnis, definitiv. Intervall 1 Nachwirkung. Ach nee, Intervall 1 Kontamination Nachwirkung. Situation bei der Explosion der Origin aller Gewunde. Die gesamte Stadt verwüstet über den Status der FIA-Organisation sowie der restlichen Spezialstreitkräfte. Einsatzgruppe Delta, SSGD. Kurz, ist nichts bekannt. Mission, stellen sie den Kontakt zu überlebenden FIA- und SSGD-Einheiten wieder her. Endlich mal eine andere Mission, weil im ersten Teil hieß es ja einfach nur immer nur Paxton Vettel erledigen. Ja, let's go! Kontamination, ähm, gut. Time is on. Dann können wir ja loslegen. Suchen Sie einen Weg aus dem Gebäude heraus. Das tun wir doch mit Freude. Wenn wir dann können, drücken Sie bitte. Ja, ja, wir haben jetzt noch das Sensei-Tutorial, aber das kann ich ja alles schon. Also die letzten Aufnahmen sehen. Die Kleine ist hinüber. Wir müssen einen anderen Weg hier herausfinden. Monatär. Ich habe 54 Schuss? Daher auch. Okay. Also ihr zählt uns zwar wahrscheinlich alles tutorialmäßig wiedergegeben, aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so lange her. Ich habe die Steuerung noch einigermaßen drin. Wenn ja auch inzwischen schon wieder 3, 4, 5 andere Spiele gespielt habe. Aber hey. Ähm. Schön. Oh, die. Ja, das kann man auch essen. Soll ich es nicht benutzen? Y? Was vorher nicht irgendwo anders? Oh Gott, das ist... Ich will es jetzt noch nicht ausprobieren. Okay. Spesen, jetzt bin ich wieder munter. Ich glaube, ich könnte noch ein bisschen lauter scheitern, ey. Monatär ist mir ein bisschen zu leise. Mal schauen. Das ist hier, um sich zu ducken. Ich will mich aber erst umschauen. Also zu viel wird es wahrscheinlich nicht geben. Ebenig, die Störung ist noch so bei mir ein bisschen drinne. Also, was das angeht, keine Sorge. Aber wie war das nochmal? Nein, nein, nicht das, nicht das. Äh. Ah, ja, sowas. Und. Wie jetzt? Kriegst du nicht hin? Ja, die habe ich schon nichts entdeckt, die Taschenlappe. Ich habe natürlich vorher geguckt, ob alles ging. Und dann muss ich auch erst mal wieder die, ähm, das Anwesen umschalten, weil, ich mag das. Warum schlägt man was auf umschalten? Das ist doch total bescheuert. Egal. Wir haben es aufs Dach geschafft. Wann ist das dunkel? Ah, ja. Immer noch eine bessere Lösung als in Half-Life. Egal welchen Teil, wo man eigentlich immer, ja... Moment, ich zünde unsere Blendkrawatte. Dann nehmen wir den Notausgang. Ich glaube, da müssen wir hin. Das ist nur so eine Kanone. Ähm. Okay. Ich glaube, wir sollten hier raus. ETF. Hallo. So. Ja, willkommen wieder im Untergrund. Das gab es nochmal. Mal. Ich weiß nicht, geht man hier jetzt... Also ich weiß kaum noch was von dem Spiel, muss ich ehrlich sagen, weil... Soll ich das gespielt? 2010? Irgend? Okay, da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht so ohne, weil ich so was tötere, weil ich wahrscheinlich was da gegen den Spielen abschalten müsste. Totet sie. Totet sie alle. Oh Gott. Hi. Geht's jetzt Lösung? Hier haben wir nichts... Ach genau, was ich gerade sagen wollte. Ich weiß gar nicht, ob es hier dann noch Spritzen gibt. Also für Gesundheitsbooster oder für die Zeitlupe. Es ist halt kürzer, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Also ich habe nochmal geguckt, es soll so vier oder fünf Stunden sein. Also was mich angeht, wahrscheinlich sechs Stunden. Ah, schläft er. Hex deaktiviert. Als Vettelstab wurden alle Replikanten deaktiviert. Nein, jetzt ist er tot. Ich wollte ihn untersuchen. Präventivschlag. Lassen Sie Ihr Funkgerät an, dann treffen wir uns unten an der Straße. Oh, hoffentlich war das nicht unsere Mitfahrgelegenheit. Oh, oh. Da wird auch was. Ich habe vollkommen übersehen. Ich habe gerade gedacht so, hm, toll. Da sind es schon zwei, die erledigt sind. Aber ja, keine Waffen. So ein Scheiß. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein Gesicht von dem, was offensichtlich ist. Zum einen ist die Stadt menschenleer. Bei der Origin-Explosion muss irgendwas radioaktives gewesen sein und dann wurde die Stadt evakuiert. So schnell leeren Sie Städte nicht. Ja, Quatsch durch, weiter. Ich werde hier erstmal ein bisschen Munition einsammeln. Das ist eine gute Idee. Okay. Also ursprünglich halte ich auch vor Extraction Point erst später anzuliehen. Ah, es gibt doch Spritzen. Es ist Alma. Es muss Alma sein. Du bist ein geister Kind? Sie ist noch viel mehr als das. Wir kriegen jede Menge Schwierigkeiten. Unser Mädchen scheint ein neues Hobby zu haben. Müssen wir vom zweiten Teil. Bzw. ich habe es noch gar nicht aufgenommen. Jedenfalls niemals vollständig. Ja, ich komme dazu gleich. Erstmal lasse ich dir ein bisschen erzählen hier. Achso, ich dachte, hier werden die beiden jetzt gewesen. Aber ich muss mir erst umschauen. Okay, ich kriege hunderttausend paar Munitionen, aber es kommt doch nicht zu. Ja, Extraction Point wollte ich schon mal aufnehmen. Dann wollte ich erst was anderes machen. Dann habe ich aber festgestellt, wegen der Atmosphäre würde ich es erstmal gerne so spielen, bevor ich es komplett aufnehme. Was ich jetzt gestern dann gemacht habe. Ich habe es komplett durchgespielt. Aber ich müsste erst wieder bis zu einem bestimmten Punkt spielen. Und deswegen nehme ich jetzt erstmal Extraction Point, weil da kann ich direkt anfangen. Und es ist auch nicht so lange und ich hoffe, ich kriege das heute noch durch. Okay, guck mal. Soll ja auch nicht so lange sein. Checkpoint, wir machen nochmal eine Schnellsprechung hinterher. Ach, diese Dinger heißen immer irgendwelche Visionen. Danke, Türen. Lass mich ruhig. Ich weiß, dass das keinen Sinn ergibt. Genau wie alles andere. Sie haben mich getötet. Und das gefällt mir nicht. Okay, ich hoffe, ich hoffe, ich habe alles. Meine Fresse. Ich nehme erstmal die Pistole. Oh Gott, ich kann nichts fressen. Oh Gott. Okay. Ich habe einen Verspannter hier. Ich kann schon auch auf einer Mane aufhören. Ich muss... Vielen Dank! Oh Gott. Was ist hier? Oh Gott, was ist denn das für eine... Ich muss es mal kurz umstellen. Das geht ja gar nicht. Äh, ba-ba-ba-ba-ba. Das ist das Einzige, weil ich noch nicht nachgeguckt habe. Weil ich dachte, ja, das ist alles sowieso Standard. nach links er hat das sowieso nicht interaktion ich schneide das dann so ist okay komm was soll der quatsch mit z wäre in ordnung ja bitte auf z danke da ist gut nein bitte komplett ich hoffe ich habe jetzt nichts anderes dadurch aber ich glaube das musste sein ok ok mal schauen ich habe keine weiteren fragen ich schaue jetzt mal nach leben und so ich nehme jetzt gerade voll die stimme raus ich weiß aber erst will ich mal die zauber ich glaube ich habe jetzt sowieso klein besser den habe ich noch nicht wir müssen also wahrscheinlich gleich darunter ich schaue mich aber erst noch weiter um muss man ja wahrscheinlich nicht durch aber gut texten fettel ist irgendwie immer noch da wir wissen nicht wieso aber er ist irgendwie immer noch da dann waren wir hier runter speichern intervall 1 immer noch kontamination kontamination äh metastase äh situation konta kontakt aufnahme zu außenwelt ist unmöglich die ihre bekannten streitkräfte wurden mit unbekannten methoden reaktiviert jim zum kümmern und da bis holiday sind zu ihrer position unterwegs mission gehen sie den replikanten streitkräften aus dem weg und tragen sie sich mit jim zum korn und holiday gut es hört sich zumindest erst mal am plan an ja machen wir ich bin aber bewaffnet gut was planung und naja die realität angeht das sind so zwei verschiedene komplett verschiedene sachen in vier weil wir jetzt keine hoffnung das beziehungsweise ja doch ich mach mir da keine hoffnung das sagt nichts passiert ähm gut das war dann untertrieben auch an der könne warum man zum beispiel kann ich ihn in der rinsel dann nicht mit einem schnellfall erledigt theoretisch äh ja ja solche wappen sind nun mal ein bisschen zu hoch eingestellt klein würde damit einfach nur zerfetzt werden man hätte halt quasi kein mess damit so ein minimales kann es wissen was ich habe um die türen in der nähe gewalt zum zu öffnen also so wozu hä wozu habe ich jetzt gerade diese info bekommen das war gerade eine total sinnlose info und warum geht diese türen immer automatisch zu das war eine woche eine schutz gun brauche ich die denn jetzt also wahrscheinlich schon es wird mir gerade angeboten aber ok 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 gut so viele wege haben wir ja jetzt nicht warte mal was ist das jetzt so gemeint hm Aber im Prinzip hat man das ja im ersten Teil in den Moment unter. Geht zur Planung? Ich sehe gar nichts. Ich wusste gerade nicht, was hier überhaupt passiert ist. Ach! Okay, das war die Impfung. Ja, das habe ich schon verstanden. Also... Okay, das nicht. Ah, ich muss also noch diesen Kisten aufschalten. Alles klar. Das habe ich halt voll nicht... Okay, die müssen speziell aus. Verstehe. Gut. Gut. Oh, komm. Achso, hier komme ich eh nicht durch. Okay, okay, okay. Oh, hier kommt die Logoshochkampagne durch. Gut. Gut, dann gehen wir einfach hier lang. So, und nochmal. Was habe ich hier für eine Info bekommen? Und was habe ich davon, die Walzern zu öffnen? Äh, geht das dann dadurch einfach nur schnell, oder was? Also, das will ich ja nicht. Also, was ja an Boku anging. Jetzt nehme ich doch alles mit, also, sorry. Ähm... So, jetzt speichern wir nochmal. So. Ähm... Davon haben wir ja genug. Es sind nur jetzt so eine Kisten, die markiert sind. Muss ich mir mal merken. Merke ich mich eh nicht. Nein, ich werde jetzt schon drauf achten, aber... Es ist halt so ein bisschen... Äh... Oh, nein! Ich suche Scherzungen! ... Ja... Okay. Oh Gott, das geht schon wieder so laut, warum ich mal ein bisschen, wenigstens ein bisschen leiser. Das geht eigentlich, ne, ich mach mal 1 µ. Kann ich das jetzt übernehmen oder nicht? Ah, doch. Boah, hab ich ja. Das ist ja erfolgreich alle erledigt. Ach, muss ich krass auch, ich will da ein bisschen leiser werden. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ja, hab ich aufgenommen. Ich glaub hier ist nichts drin, oder? Okay. Ähm, kann ich eigentlich diese zerstörbare Kisten auch einfach aufschlagen? Boah, ich find das ein bisschen sinnvoller. Alter, ich bin hier schon wieder so ne... ist leicht übertrieben. Na gut. Oh. Oh. Ich hab den Termin in den Schwarz geschaltet. Es wird wieder ein bisschen länger. Nichts. Okay. Okay. Gut, da streich ich einmal gegen und dann... was? Ist das so ein Äquivalent zu den... von den Hauptteilen? Du hast die wahrscheinlich einfach nur einen aufschließen und keine Geräusche von sich geben oder so? Kann das sein? Oh, kein Atem. Checkpoint. Cool. Kein Atem. Ob das ne gute Sache ist, weiß ich jetzt noch nicht. Okay, was zur Hölle geschieht hier gerade? Okay, gut. Und so ein Vieh läuft hier komplett anders. Das ist Faser, aber... Und wie war das hier drin? Okay. Boah. Ähm. Und wie war das hier drin? Wie war das drin? Wer ist dein Finanzer? Al fest100? Ist es etwas mit dem Zielviel нож? Ich k Iowa past400. Oh, oh, oh. Hier sieht doch eine Sandsüter aus. Okay, das ist ein Unterstecker, da würde ich mal ein gut nach einer Explosion, ist das komisch nichts, also Atomexplosion, wenn man so will, ein riesengroßes Unfall, ist das kreuzchen wie nichts mehr. Okay, gehen wir wieder hoch. Jetzt geht die Tür nicht mehr wieder automatisch, egal. Sonst gehen sie immer automatisch zu, jetzt tun sie es nicht mehr, aus unerfindlichen Gründen. Okay, ich glaube, ich habe nur noch wenige Sekunden. Gehe ich mal bis dorthin. Ja, würde ich meinen, das machen wir dann in der nächsten Folge, das ist glaube ich so schon länger als gewollt. Ja, dies war es von der ersten Folge von X-Faction-Police. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Aber da ist selber.